hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3 The White Hunt mit den Herzen aus Stein und dem Blut und dem Bein ja und wir haben heute neuen Tag neues Glück mach mal hier fertig so und wenn ich mich nicht täuschen dann wollten wir fuhr ich spinne machen vier Level über uns naja irgendwann ist ja immer sind wir wow ist aber weit weg ja dann ab nach Yantra hier ist schon klar dass Hexenjäger in der Stadt sind bin ich ja mal gespannt ob wir das packen so darf man nicht verdammt schon wieder verlaufen Jantra ne Klötze will nicht so recht oder wie Tja ist er oder sie weiß gar nicht komm schon ach ja Stick trifft ist doch was schöne ach das sieht so gut aus ja da hat sich der Kumpel gestern dann doch noch gemeldet haben wir gestern noch mal eine Nachtschicht hier bei seinem bescheuerten Umzug gemacht und da bin ich irgendwann nach Hause Aha Spinnen wieder am Start in der in der in der in der in der Ja, komm, geh halt. Drückst du rein, das kannst du mit Sicherheit gebrauchen. Wollen wir hier mal langsam gehen, ne? Ja. 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 Die tun aber ganz schön weh, die Viecher. Ist mir gerade wieder aufgefallen. Naja. Irgendwas ist da immer, ne? Nochmal vielleicht hier. Ist noch was drauf. Wie viel haben wir denn noch drauf? Gar nichts mehr. Ist egal. Haben wir genug von dem Zeug. Oh, was ist denn los? ibtно? Was ist das? Ja. Ja. Da, da! Da! Da, da! Da, da. Da, da, da! Da, da! Da, da! Da. Geist. Da! Da, da! kleine muckis wir looten erstmal blaues mutagen alter ich war Ich war noch gar nicht bereit dazu. So, nochmal nachlegen. So, nochmal nachlegen. So, nochmal nachlegen. So, nochmal nachlegen. Das scheint aber noch nicht hier der Big Boss gewesen zu sein. Wo geht's denn? Was ist das? Floren. Fuhu ich spinne. Echt jetzt? Das war's? Das war alles und dafür mache ich hier so'n riesen Pfeilefanz und ich höre hier immer noch was krabbeln. Sachen gibt. Na ja. Gut, dann steck mal weg. Dann latschen wir halt in Zeitlupe wieder raus. Ich weiß nicht warum er nur so langsam geht. Irgendwann ist er immer. Da stand 38 dran an dem Auftrag. Und 34 war die Spinne. Tja. Tja... Die Blutgrube. Das ist ja noch mein Problem. Ah ja! kein guter kampf ja gut ja das federt weiß weiß schlimmer als die spinne jutsch steckt weg gucken und sagen was er da oben ist mach komische geräusche will ich jetzt nicht rausfinden was er ist wiederhülle mit dem bärchen bestie Überlegenes Bestien. 50% gibt das sogar an. Bär! 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 bärchen so ja nicht wo haben wir denn hier hilfgadische wächterhandschuhe was können die ja sind dieselben die wir haben nur eben um zwei prozent besser da habe ich noch in die zeichen und achse also irgendwie ja die proplichter gleich haus kommt in den quen da rein rose fehlt auch noch axi packereien in der hose axi was haben wir hier irden art axi art ich habe langsam echt wenig von den von den steinen schwert weg ansonsten nicht viel viermal zwergen schnapps schütz 192 ep fehlen noch ich bitte dich ja 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 und dann ist Was für ein Monster-Mest ist nirght? Neckar, oder wat? Zeig mir, was du zu bieten hast. Hört auf damit, hört auf damit und Plötzler, du geh mal aus dem Weg. Munchkin Tofea halten. Mhm, was, was das für ne Trophäe wieder? Nehmen wir? So, müssen wir noch dat Loch dazu machen. Die Neckar tauchen hier auf, sie graben sich raus. Mach kaputt, Gutes. Mach kaputt, Gutes. Ansonsten, was war das? War gar nix. Da ist ein Bomb. Shoot! Oh, wir sind aufgestiegen. Na ja, Latte. Den ruhen wir uns jetzt auch noch. Was ist denn hier überhaupt? Gibt, gibt's hier irgendwas, was man tun kann? Was ist denn hier überhaupt? Zwei Punkte fehlen da noch. Leichtfüßigkeit. Habe ich rausgenommen? Ist ja ein Ding. Ja, weiß ich schon, warum ich das gemacht habe. Weil ich kann, weil ich nix mehr überhaupt. Schade. Kaltes Blut. Vernichtende Eheber. Die Konter. Anatomisches Wissen. Erhöht die Chance auf kritische Treffer mit einer Ambus um 20%. Okay. Klingenfokus. Beim Eintritt in den Kampf wird sofort einer der Linkenpunkte zugefügt. Erhöht das bei Schwertschlägen freigesetzt. Finde ich gar nicht verkehrt. So. Was soll ich dagegen tauschen? Ich weiß es nicht. Eigentlich gefällt mir das so, wie ich das gebaut habe. Es funktioniert auf jeden Fall. Irgendwelche letzten Worte? Wie willst du sterben? Schneller verfick doch mal! Woh, 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 woh. Wie willst du sterben? Machen wir ihn fertig! Alle zusammen! Auf ihn! Hilfe! Ich mag Rufen und Broden mit Schwarte! Zauberei! Zauberei! Wir weiden dich aus! Abschau! Machen wir ihn fertig! Alle zusammen! Erstmal weide ich euch aus. Hey! Verdammt! Ja, so ist das. Bericht des Quartiermeisters Bericht des Quartiermeisters vom 25. des laufenden Monats. Die Jagdgruppe ist heute in den anliegenden Wald aufgebrochen. Dort gibt es jede Menge Wild. Hat zwölf Rehe, acht Hirsche, 32 Hasen und sieben Wildschweine erlegt. Das Fleisch wurde gesäubert, gesalzen und zum Trocknen in die Sonne gelegt. Die Felle wurden ins Lager bei Burg Sützer gebracht. Bevor wir uns hier verziehen, werden wir noch nach Vögeln jagen. Die Jäger haben Fasane, Wildenten und Rebhühner entdeckt. Hier gibt es wirklich von allem genug. Also sollte Hunger diesen Winter kein Problem sein. Wichtig! Ein hiesiger Jäger, der sich uns als Gabel matt vorstellte, kam ins Lager, hat uns ein Bärenfell verkauft. Spitzenqualität hat versprochen, mit einem weiteren zurückzukommen. Sobald das passiert, werden wir ihn fesseln und seine Füße ins Feuer halten. Denn irgendwas an diesem Typen ist verdammt faul. Leutnant von Herbst. Was soll denn der faul sein an dem Mann? Auf jeden Fall erfreut es mich, dass die Kämpfe jetzt dann doch nicht mehr so allzu lange dauern. Das war ja, am Anfang war ja Schema, Rüstung des Ortes der Flammenhose. Steiger, was ist das? 5 Fluren. Alles klar. Was ist denn sonst noch was? Nicht wirklich, wa? Gut. Was gibt's denn hier noch entdeckenswürdiges? Da möchte ich hin. Weil ich weiß, dass wir da mit dem Schiff gelandet sind. Und das hab ich wohl dann damals gar nicht in meiner Aufregung mitbekommen, dass da auch noch ein Fragezeichen ist. Das möchte ich mir dann jetzt noch mal angucken. Das ist ja sehr. das geben wir ballern am strand lang kam ich denn hier rüber ja hier war der fiese kampf mit dem miesen zauberer schwein war der ekelhaft ich glaube das war der war der ekelhafteste kampf also die kröte die war schon die war krass die kröte war krass der zauberer war krasser die die 2-Beatmen hast du. Alter. Mütterchen. Oh, guck mal, da kommen Leute wieder. Ist ja nice. Das mag ich immer. Weil ich bin immer noch, bzw. ich habe immer Skyrim im Hinterkopf. Du kannst die Gegner so oft plathauen, wie du willst. Die tauchen trotzdem immer wieder auf. Und das ist hier bei Witcher, glaube ich, nicht so der Fall. Also wenn du hier einmal geklärt hast das Problem, dann ist das gut, glaube ich. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Kaufmann. Pjonger. Sei gegrüßt. Ja, du auch. Zeig mal. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ah. Aber das ist ja eine Zeichenintensität. Ja, ist aber teuer, ne? Zerriebene Perle. Nichts so prickelndes dabei, war. Hab ich denn mit? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht, dass du mir gute Preise machst. guck mal, ist da mal im Weg weiterenten. Das ist da spitzenmäßig. Oh, ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist ja spitzenmäßig. Hau mich nicht so vom Hocker, was es hier so gibt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Da war noch was Neumond Rüstung. Hier gibt es auch nichts. Kannst du nur in die Ferne gucken. Er ist da schon am Angeln. Er ist da schon am Angeln. Gibt es denn sonst noch irgendetwas? Sieht nicht so aus. Alles Pizzle Matuk. So dann schauen wir mal, was ist das denn hier für eine Neumond Rüstung? Boah! Zerschmettern-Resistenz, Aufschlässen-Resistenz, kritischer Treffer-Bonus. Ja, ziehen wir an. Ich meine, die hat mir ganz gut gefallen. Ich fand den Bademantel gut. Ich fand den wirklich gut. Jetzt habe ich auch nichts, was ich da so unbedingt reinpacken kann. In die Neumond Rüstung. Naja, wie auch immer. Quests trifft ich mit Allgrids Kontaktmann in der Taverne zur Alchemie. Dann wollen wir so tun. Oh! Ah! Ah! Eh! Oh! Schmiedemann. Hallo noch einmal. Hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Öff. Weiß ich nicht. Du hast Glück. Ich habe wirklich einen Spezialauftrag für dich. Wunderbar. Glaub mir. Du wirst zufrieden sein. Ich wollte mal gucken, was du hast. Wir sind jetzt 35. Schmiedemann. So. Tja. Die hätte ich gerne. Brauche ich aber wieder ein Level. Immer komme ich hier hin. Weißt du. Und ich brauche immer irgendein Level. Hier ist auch nichts. Hier ist. Ja. Brauche ich ein Level. Flammenroße. Kann der hier die Sachen gar nicht herstellen, die ich hier von dem Tynister. Ihr wisst ja, war doch hier so eine Quest von wegen. Auch 36. Ja dann. Einmal alles durchreparieren. So. Was ist hier drin? Irdenglyphe. Ich glaube, die wollte ich zerlegen, ne? Große Igni und große Axiglyphe. Komm. Mach platt. Das ist gut. Bis dann. Wiedersehen. Gehnein. Schmied. Schmiede. Schmiede. Auf Axi. Gutes. Das kann ich eigentlich verscheppern. Oder? Zehen wir bei? 30. Ja, außer hier die Hexauerrüstung. Ich weiß nicht, ich will die nicht verticken. Die will ich auch nicht verticken, verzierte Robe. Das hätte ich dir auch platt gemacht. Ach ne, komm. Hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Lass mal sehen, was du anzubieten hast. So, den Spaten, den kriegst du natürlich nicht, ne? Schwertes und Säffle. Komm, weg. 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 Assassin. Oh. Ja, egal. Weg. Weg. Die will ich nicht weg. Weg. Ach so. Wir sind fertig mit Schönschreiben. Na gut. Weg. Um gut. schwarz perlen staub naja es ist in ordnung tschüss ist da aber ihr wisst bescheid ich habe ein fabel für cliffhanger und von daher bedanke ich mich fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen spinne fahren wo ich binne und wir haben eine neue rüstung ich bin mir sicher der ein oder andere für die cool war die schwarze ist ich finde so ein bisschen naja aber sie ist besser von daher tragen wir sie jedenfalls für diesen level nächsten level gibt schon was anderes ich bedanke mich fürs zusehen und ich wünsche euch was bei